hallo liebe hungrige der kanal koch nob hat eine bürgerwoche ins leben gerufen und außer mir und ihm selbst natürlich sind mit dabei chao von kochen mit chao und multikoch joey die kanäle sind am ende und in der infobox verlinkt und bei mir gibt es eben diese etwas bayerisch angehauchte variante eines burgers den leberkäseburger ihr alle kennt ja bestimmt von diversen imbeständen her die leckeren leberkäse semmeln und das hier ist sozusagen die edel variante wir brauchen dafür tomate eine zwiebel nach möglichkeit eine rote süßen senf ein oder mehrere eier dicke leberkäse scheiben pfeffer salz gewürzgurke einige salatblätter und bürgerbrötchen und wer es lieber traditionell bayerisch haben möchte der verwendet laugenbrötchen wir beginnen mit den vorbereitungsarbeiten schneiden dazu die tomate in scheiben auch die gewürzgurke und verfahren anschließend ebenso mit der zwiebel in einer pfanne erhitzen wir etwas öl geben die leberkäse scheiben hinein und braten diese beidseitig an das heißt sie müssen also gewendet werden und wenn sie je nach geschmack mehr oder weniger knusprig sind werden sie aus der pfanne genommen die pfanne können wir gleich weiter verwenden schlagen die eier auf und geben diese in die pfanne hinein und lassen sie bei mittlerer hitze für zwei bis drei minuten stocken danach wenden wir sie und lassen sie auch von der anderen seite so für circa zwei bis drei minuten fertig braten dann nehmen wir sie aus der pfanne heraus nun wird das brötchen aufgeschnitten je nachdem welches ihr verwendet anschließend kurz getoastet im backofen in der mikrowelle oder eben im toaster und dann werden beide hälften also ober- und unterseite dünn mit senf bestrichen auch beide hälften mit salat belegen und dann gehen wir auf die untere hälfte den gebratenen leberkäse platzieren ein ei darauf würzen dieses noch mit pfeffer und salz belegen es dann mit tomatenscheiben und scheiben der geschnittenen gurke krönen alles mit zwiebelscheiben und vollendenden bürger dann mit der mit senf bestrichenen und salat belegen oberen hälfte des bürgerbrötchen und voilä fertig ist unser leberkäse bürger ich meine das sieht lecker aus schmeckt auch so jedenfalls mir denn ich mag ja auch leberkäse ich hoffe euch geht es genauso ich wünsche euch viel spaß bei der zubereitung und dann recht guten appetit und falls in anderen kanälen stöbern und vielleicht auch sehen möchtet was ich bisher so in der bürgerwoche getan hat dann habt ihr hier die gelegenheit und falls noch nicht geschehen ich freue mich natürlich sehr über euer abo mir bleibt noch zu sagen bis zum nächsten mal tschüss bye bye